Hallo, hier ist Borg. Ich bin richtig überaktiv. Ich muss einfach irgendwelche Dinge machen. Ich packe jetzt meine Tasche raus. Ich suche an der Hand Beschäftigung. Ich muss mich immer mit irgendetwas beschäftigen. Ich muss mich einfach mit irgendetwas beschäftigen. Ich werde jetzt einfach Fenster putzen. Ich komme niemals zur Ruhe. Und jetzt werde ich kochen. Wenn ich mich nicht andauernd beschäftige, dann drehe ich durch. Ich muss jetzt mein Zimmer aufräumen.